Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar auf dem Hangar oder beim Hangar, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf dem Turm anzutreffen ist. Ich zeige, was er dabei hat und gebe ein bisschen meine Expertise zu den einzelnen Exos ab. Er hat wie immer ein exotisches Enggramm dabei, das mache ich dann ganz am Ende auf. Dann hat er die Kolonie dabei, ist ein relativ interessanter Granatwerfer, denn dieser Granatwerfer verfolgt die Ziele, das heißt ihr könnt diese insektenartigen Geschosse auf den Boden schießen und die suchen dann das nächste Ziel, also wenn sie in einer bestimmten Reichweite sind, ist einzigartig. Ich sage so, ich würde es holen, wird immer mal wieder gespielt, ist ganz cool für PvP, sorgt für ein paar lustige Momente, die Kolonie ist einfach durch die Einzigartigkeit es total wert zu holen, das heißt wenn ihr sie noch nicht habt, holt sie, probiert sie aus, ihr werdet positiv überrascht sein. Dann die Stompies mit 64 Gesamtwert ist, ja es geht, ist halt relativ viel Belastbarkeit, aber Hauptsache es ist einigermassen hoch von der Wertung her. Hier ist es so, dass Sprinttempo, Rutschreichweite und so weiter und so fort, Hochsprung, Lenksprung, also alle Sprungarten, ich sage es mal so, alles was mit Agilität zu tun hat, also Bewegung, Rutschen, Springen, im Allgemeinen wird hier verbessert. Sie werden sehr sehr gerne gespielt von den Jägern im PvP, weil es für mehr Flexibilität sorgt, man ist ein bisschen schneller unterwegs, gut wird immer wieder mal ein bisschen gebalanced, wird genervt, dann wird es wieder stärker gemacht. Da kommt es ein bisschen drauf an, auf die Season und auf die Updates, aber grundsätzlich ist es eine Exo, die für PvP sehr gerne gespielt wird und es ist einfach unterstützend fürs Movement. Wenn ihr also mit dem Jäger Probleme habt mit dem Movement, probiert die mal aus, ihr werdet positiv überrascht sein. Das unterstützt es nicht unerheblich, von daher Leute, die gerne ein bisschen Sprung und Geschwindigkeitsunterstützung haben wollen, die Exo ist dafür geeignet. Dann haben wir mit einem 60er Wert, leider sehr tief, für die Titans die Exo-Armee hier. Hier ist es so, dass wir im Nahkampf stärker sind, denn wenn uns ein Nahkampf trifft, dann gibt es eine Explosion, eine kleine Explosion um uns herum und den Feinden wird Schaden zugefügt. Es ist für PvP ganz witzig, eine Zeit lang war es zumindest ganz witzig, für PvE ist es auch ganz cool, wenn die Feinden auf einen zurennen, also die Schar zum Beispiel, die Leibeigenen schlagen ein, gibt es eine kleine Explosion und die schwachen Feinde sterben dadurch in der Regel. Es ist witzig, wenn man sagt, ich bin Titans, spiele wahnsinnig aggressiv, bin viel im Nahkampf mit der Schrotflinte, schlag viel zu, also es wird auch viel zurückgeschlagen, dann holt sie euch, probiert sie aus. Sie sind ganz cool, leider nur ein 60er Wert, aber wenn ihr sie noch gar nicht habt, lohnt es sich trotzdem. Dann mit einem 63er Wert die Carnstein-Armbänden für die Warlocks. Sind cool, weil es ein paar Kombinationsmöglichkeiten damit gibt. Nahkampfkills stellen sofort einen Großteil der Gesundheit wieder her und heilen für eine kurze Zeit weiter. Für PvP eher ungeeignet, weil wir eben Nahkampfkills machen müssen, aber für PvE kann man tolle Kombinationen erschaffen, wo man als Warlock auf einmal auch absolut im Nahkampf die ganze Zeit rumprügelt und dadurch Gesundheitsregenerationen hat. Gibt also coole Kombinationsmöglichkeiten mit dieser Exo im PvE, so lasse ich es einfach mal stehen. Gut, bevor wir gleich zu den legendären Waffen kommen, Werbung in eigener Sache für meinen Werbepartner Holy Energy. Das sind Energy-Getränke, die man selber mixen kann. Also das heißt, man bestellt es in Pulverform, kann es mit Wasser mixen und danach hat man einen schönen Energy-Drink mit gemütlich Koffein drin für eine schöne Zockersession. Es gibt Probe-Packs, wo ihr für nicht allzu viel Geld, besonders mit den Rabattcodes, da mal einen Probe-Pack holen könnt. Wenn es euch also interessiert, schaut da mal rein. Aus meiner Sicht lohnt es sich. Gut, dann switchen wir weiter zu den legendären Waffen. Ihr wisst, wie sie funktioniert. Ich gehe da ganz kurz drüber. Wenn es was gibt, was mir ins Auge sticht, dann werde ich was dazu sagen. Das Ding hier sieht zum Beispiel mit Toben für PvE gar nicht mal so schlecht aus. Müsste man mir vielleicht gegen bestätigen. Weiss nicht, ob die Maschinenpistole im Allgemeinen gut ist. Und ja, ich bin da eben auf euch angewiesen. Schreibt es in die Kommentare, welche legendäre Waffe aktuell zu empfehlen ist. Was man holen sollte, da gibt es sicher ein paar. Das Ding hier sieht zum Beispiel auch nicht mal so schlecht aus. Ein 180er, je nachdem, wie man drauf steht. Auf die Feuerrate. Ja eben. Unterstützt euch da gegenseitig. Schreibt es in die Kommentare, wenn es eine Waffe gibt, wo ihr sagt, hey, die ist mega gut. Dieses Wochenende holt euch die unbedingt. Die kann durchaus was. Ich habe da auch nicht den kompletten Überblick. Und PS, Xbox und PC sind da nochmal unterschiedlich. Also die Konsolen unterscheiden sich da von der PC-Fraktion. Das ist ja immer ein bisschen mit dem Rückstoß und so anders zu handhaben. Gut. Haben wir die hier auch gleich durch. Und dann kommen wir noch am Ende zu Falkenmond. Und auch zu der zweiten Exo. Einfach um kurz drauf zu schauen. Und da ist ja immer ein Perk teilweise anders. Je nach Woche logischerweise. So, dann machen wir am Ende noch dieses exotische Engram auf. Und dann war es das auch schon von dem lieben Xur. Dieses Wochenende. Zumindest videotechnisch. Oh, 166. Das wäre schön. Ein 1660er Wert. Die lasse ich mal in den Tresor wandern. Hier kann ich noch schnell drüber gehen. Gut. So, das war es von Xur. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Ihr wisst, wie es funktioniert. Schreibt gerne Feedback. Eben, welche Exos ihr euch gegönnt habt. Welche legendären Waffen vielleicht zu empfehlen sind. Und dann bleibt nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch. Oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.